Hallo, mein Name ist Gunnar Siewert. Ich bin einer von drei Gründern von BookRix. BookRix gibt es seit Mai 2008. Unser Kernkompetenz ist, Autoren mit Lesern zu verbinden, also dass Autoren Leser finden und im nächsten Schritt jetzt auch Autoren einen leichten Marktzugang in alle E-Books und an alle gedruckten Shops zu geben. Wir haben aktuell 500.000 Bücher, die jeden Monat bei uns auf der Community geöffnet werden und 350.000 User sind aufgestellt in Deutschland und Amerika. Ein Drittel der User ist in Deutschland, zwei Drittel in Amerika. Und wie gesagt, unsere Kernkompetenz ist es, Autoren leicht zu machen, Leser zu finden und Autoren leicht zu machen, einen Marktzugang zu bekommen. Und das ist BookRix. Und ich persönlich denke, wir haben keine digitale Revolution, sondern eine soziale Revolution, weil jeder ist ein Autor, was wir schon immer gesagt haben, und sollte auch jeder veröffentlichen können und das tun können, was er will. Vielen Dank.